Da geht's weiter, okay. Irgendwo... ...ne Karte. Hehe. Der Raum ist verdächtig. Oh Gott, ein Trollkrieger. Ich hab Feuer für dich. Trollregeneration. Okay. Du könntest widerlich sein. Du könntest richtig widerlich sein, weil du bringst grad meinen Heiler um. Äh, meinen Damage-Stealer. Okay. So? 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 Das Vieh ist nicht mal Elite. Ey, du hast da aber ein Schild. Ja, weißt du was? Du hast noch keine Nebenhandwaffe. Deswegen kriegst du jetzt erstmal ein Schild. Fürs Erste. Dass du Stats kriegst. Kraftfelder mal wieder. Ja. Ne, das sind wir mal gezogen. Der scheint nämlich irgendwas zu machen. Also irgendwo eine Tür aufzumachen. Hä, hä. Hi. Großer kritischer Treffertrank. Ach, auch nicht schlecht. Ach, auch nicht schlecht. Es sieht so aus, als ob da etwas hingehört. Ich hoffe, das ist nicht der Stein, den ich hab fallen lassen. Okay, Zyklop, komm her. Wow. Du was komisches Sachen, Kumpel. Okay, er tut verprügeln. Das ist schon mal schön. Nächstes nimmt er gut Schaden. Okay. Tja, ich muss auch sagen, er kann recht gut austeilen. Ah ja, der Hieb, dem konnten wir ausweichen. So, solange er auch den extra Schaden durchs Rüstung, durchs Verwüsten nimmt, ist es gut. Oh ja, dem Hieb hätte ich ausweichen sollen. Warte mal, wie viele kommen da? Ah, okay. Ich hätte nicht laden, ich hätte wegrennen sollen. Ich hätte einfach wegrennen sollen. Ich muss einen Zyklopen nach dem anderen da rauslocken. Ich hoffe mal, da ist kein Zyklopen-Spawner oder so. Dummdi-Dumm. Oh, das war die falsche Richtung. Prügeln unterbreche ich jetzt einfach mal, weil du bist so unfreundlich. Du, das dahin, du das dahin. Oh, das war ein Hieb, den ich hätte parieren müssen. Äh, der dich hätte ausweichen müssen. Immer auf seinen Angriff achten. Dazwischen mal pausieren und meine Skills resetten. So, das ist ein Hieb. Können wir gut ausweichen. Skills. Habe ich wieder ein Hieb übersehen? Habe ich wieder ein Hieb. So, das war Nummer 1. Hm, nö. Da komm du her. Okay. Hier haben wir Platz zum Tanzen. Hier zwei. Muss ich auch sagen, das einzig mögliche Stimme, mit dem wir uns treffen kann, ist sein Hieb. Weil alles andere kann ich gegenheilen. Und zwar recht gut. Sogar. So, 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 so. Wieder ein Hieb, wenn wir ausweichen können. Sehr gut. Ausweichen können. Oh. Oh. Drei Sekunden lang betäuben. Das ist weniger schön. Das ist weniger schön. So, so, so. 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 Hier sind Schrott. Hier sind Schrott. So, der letzte von euch, da geben wir dann noch einmal richtig alles. Ich hoffe mal, du bist der letzte von euch. Ich hoffe mal, du bist der letzte von euch. Oh ja, ich sollte lieber sein Prügeln locken. Bei seinem Hieb kann ich gut ausweichen. Okay. So. 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 Das, 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 das. 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 Und ja, ich hätte Blutung nutzen können. Da würde er vielleicht schneller darum gehen. Nochmal Armschienen. Ne, das ist dieselben. Armschienen des Fuchses, Armschienen der Kluft. Ja, nicht wirklich. So, da oben haben wir geöffnet. Da gehört auch was hin. Da gehört auch was hin. Okay. Okay. Hüpf, mein Daumen, ließ sie weiter schreien, denn er wusste wohl, wie er sie sicher nach Hause führte. Hüpf, oh mein Daumen, okay. Kieselsteinchen. Hüpf, oh mein Daumen, okay. Ah, wieder ein Troll, okay. Den Doppelschwung, den sollten wir unterbrechen. Okay. ja die klassischen dreher halt ja Ja, interessant. Das heißt, da dreht es sich wieder um. Und ich habe den ersten Edelstein gefunden, den ich wohl hier einsetzen kann. Wahrscheinlich, wenn ich alle habe, öffnet sich hier die Schlangentür, die wieder nach Bossfightraum aussieht. Okay, das war die erste. Ich öffne eine Tür nach der anderen. Nicht zwei auf einmal. Doppelschwung, den kannst du dir sonst wo hinstecken. Ja, das war ein Haargrim, ordentlich Agro-Heldes, alles gut. 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 Sollte ich das Heil nicht vergessen hätte? Oh, er ist tot. Auch gut. Gut. Gut.